Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Learn2xCode, iOS Programmierung für Einsteiger. Und in diesem Video möchte ich euch nur ganz kurz zeigen, wie ihr eine Navigation Bar über die ganze App einstellen könnt. Müsst also nicht im Storyboard für jeden einzelnen Navigation Controller hier die Navigation Bar einstellen. Das geht auch ganz gut über die AppDelegate.m in der ApplicationDidFinishLaunchingWithOptions-Methode. Da können wir das machen. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das funktioniert. Wir erstellen uns ein neues Projekt als Single-View-Application. Ich nenne das Ganze mal einfach nur eine Navigation Bar. Dann auf Next und Create. Dann werden wir uns für dieses Projekt hier im Storyboard hier mal diesen View-Controller vornehmen. Macht ihr mal ein bisschen kleiner und markiert ihn hier. Und dann kommen wir hier auf Editor Embedded in Navigation Controller. Dann haben wir also hier diesen Navigation Controller gleich drin. Und darin eingebettet hier haben wir jetzt unseren View-Controller. Da machen wir uns gleich einen zusätzlichen mit dazu. Ziehen wir uns hier einfach einen neuen View-Controller mit drauf. Dann holen wir uns noch einen Button dazu. Diesen Button setzen wir einfach hier in die Mitte rein. Mache ich jetzt einfach mal so. Heißt jetzt weiter. Und der soll jetzt also weiterleiten auf diesen zweiten View-Controller. So, und dann haben wir hier also die Navigation Bar. Und da können wir auch einen Titel vergeben. Das ist dann praktisch der erste View, sage ich jetzt einfach mal. Und hier haben wir dann noch zweiter View. Das ist nur, dass wir es ein bisschen unterscheiden können. Ja, dann brauchen wir natürlich für diesen zweiten View, brauchen wir jetzt nichts weiter machen. Und auch ansonsten brauchen wir hier jetzt keine neuen Klassen für diesen View-Controller erstellen. Auch hier, das ist ja schon alles verknüpft. Ich mache auch jetzt hier großartig nichts weiter dazu. Wir haben auf jeden Fall hier in unserem View-Controller, haben wir also dann auch, beziehungsweise schauen wir uns hier mal den Navigation Controller an. Der hat eine Navigation Bar. Und hier im Storyboard können wir also direkt hier Einstellungen vornehmen. Das ist aber dann wirklich nur für den jeweils angewählten Navigation Controller und dessen Navigation Bar. Also können wir hier Bar Tint einstellen, Translucent, Title Font, Title Color, Title Shadow, diese ganzen Geschichten. Und das wollen wir uns einfach jetzt mal als Beispiel anschauen, wie wir das über die gesamte App einstellen können, ohne dass wir hier bei jedem Navigation Controller hier diese Einstellungen übernehmen müssen. Also, das nur ganz kurz gezeigt. Dazu gehen wir hier in die App Delegate.m, in unsere Application DidFinishLaunchingWithOptions. Und hier können wir also jetzt auf die Navigation Bar zugreifen. Und zwar können wir sagen, UI NavigationBar. Und da gibt es eine Methode Appearance. Und da können wir jetzt die ganzen Einstellungen machen, die wir für die Navigation Bar brauchen. Wie zum Beispiel SetBarStyle. Und da können wir sagen, UIBarStyleDefault oder Black, BlackOpac, Translucent. Muss man mal gucken. Einige sind ja durch, wenn ihr nicht mehr unterstützt, bei iOS 7. UIBarStyleDefault haben wir hier. Dann können wir zum Beispiel sagen, wie soll denn jetzt die Hintergrundfarbe unserer Navigation Bar sein. Und diese Hintergrundfarbe, da machen wir jetzt einfach mal UI NavigationBarAppearance. Und jetzt Set. Und da gibt es eine Bar Tint Color. Und vorher war es ja diese Tint Color, mit der man es einstellen konnte in iOS 6. Jetzt ist es die Bar Tint Color. Also das nicht verwechseln. Und hier machen wir jetzt auch eine UI Color. Was machen wir da? Gray Color meinetwegen. So, und jetzt haben wir also hier die Hintergrundfarbe in Grau. Und wenn wir jetzt auf einen neuen View wechseln, dann haben wir ja auch den Zurück-Button. Und der hat auch eine Schriftfarbe. Und das ist jetzt nämlich die sogenannte Tint Color. Das, was vorher die Background Color war, im Prinzip, ist jetzt eben diese Tint Color für die Schrift. Schauen wir uns auch an. Machen wir also UI NavigationBarAppearanceSetTintColor. Und was nehmen wir da? UI Color. Machen wir mal Green Color. So, wunderbar. Jetzt haben wir also eine graue Hintergrundfarbe. Und wir haben eine grüne Farbe für die Navigation, für den Zurück-Button und so weiter. Was halt oben dann links und rechts des Titels steht. Apropos Titel. Wir wollen auch den Titel ein bisschen konfigurieren. Und da muss man jetzt folgendes machen. Da gibt es eine Methode, die nennt sich SetTitleTextAttributes. Und die möchte ein NSDictionary haben. Müssen wir also vorher ein Dictionary erstellen. Und in diesem Dictionary kommen dann alle Attribute rein, die wir für diesen Text, für diese Überschrift vergeben möchten. Was wir auch haben möchten ist, ich möchte, dass der Text, den wir da eingeben, auch den Schatten wirft. Und dazu müssen wir uns erstmal einen Schatten erstellen. Und das machen wir über NSShadow und nennen den jetzt einfach mal TextShadow. Und dieser TextShadow ist ein NSShadowNew oder AllocInit, wie ihr das machen möchtet. Dann werden wir diesem TextShadow eine ShadowColor geben. Und diese ShadowColor machen wir mal jetzt ganz klassisch. Mache ich UI Color Black Color. Dann haben wir noch TextShadow und jetzt müssen wir den Versatz noch angeben. Das ist der ShadowOffset. Und das ist ein CG-SizeMake. CG-SizeMake und da geben wir an, wir versetzen das Ganze eine nach unten und eine nach rechts. So. Und jetzt haben wir eben diesen Schatten. Und jetzt werden wir unser NSDictionary erstellen, eben mit diesen ganzen Attributen, die wir da haben möchten. Also machen wir uns ein NSDictionary. Ich nenne das jetzt TitleTextAttributes, weil ganz einfach die Methode, die wir jetzt dann aufrufen, genauso heißt. Und dabei handelt es sich also um ein NSDictionary und jetzt Keys und Objects. Und da haben wir jetzt folgendes, was sich da auch geändert hat. Vorher gab es ja diese Geschichte mit UI und dann TitleText und diese ganzen Geschichten. Ich weiß nicht, ob es hier noch geht. Text. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Methoden, aber die meisten sind also deprecated, also stehen überhaupt nicht mehr zur Verfügung. Das hat sich jetzt insofern geändert, dass wir hier also jetzt nicht mehr UI Text oder UI TitleTextColor, diese ganzen Geschichten, die gibt es nicht mehr. Jetzt haben wir also die NSForegroundColorAttributeName und da können wir also jetzt die Textfarbe angeben und da machen wir eine UI Color und zwar, was machen wir? Machen wir RedColor, haben wir eine rote Textfarbe. Was machen wir noch? Ach ja, wir haben ja noch den Schatten. Das ist eine NSShadowAttributeName und da kommt jetzt also unser Shadow rein, das ist natürlich unser TextShadow. Was wollen wir noch? Einen Font wollen wir noch. Also Schriftart gehen wir noch mit ein. NSFontAttributeName. Und da können wir jetzt auch ganz klassisch sagen, das ist ein UI Font und zwar ein FontWithName. Jetzt können wir einen Namen vergeben. Dann nehmen wir jetzt mal Georgia Bold, meinetwegen und Größe 20. Und jetzt haben wir unser Dictionary gemacht und jetzt wollen wir also diese TitleTextAttributes zuweisen und sagen UI NavigationBar Appearance Reader. Und jetzt haben wir SetTitleTextAttributes. Und hier will er also ein NSDictionary, das haben wir, das ist unser TitleTextAttributesDictionary und das war's. Jetzt haben wir im Prinzip diese Einstellungen gemacht für jede NavigationBar, die wir in der App haben. Starten wir das Ganze mal. So, und jetzt haben wir also hier das Ergebnis. Wir haben also unsere graue NavigationBar. Haben wir also hier eingestellt, hier SetBarTintColor, GrayColor. Dann haben wir die GreenColor und die haben wir erst, wenn wir hier den zweiten View aufrufen, unsere Navigation. Die hat also jetzt diese grüne Farbe. Ansonsten haben wir unseren NSShadow, BlackColor. Sieht man hier unter dem roten, so nach unten rechts versetzt, ist unser Shadow. Wir haben die Schriftart Georgia Bold in Größe 20. Wir haben den Shadow mit drin. Und wir haben die rote RedColor Textfarbe. Und das haben wir jetzt automatisch über die gesamte App, ohne dass wir jetzt jeden einzelnen NavigationController hier einstellen mussten. Das wollte ich euch einfach mal kurz zeigen. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter. Und ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Video wieder mit dabei. In diesem Sinne, bis bald. Bis bald.